Willkommen zurück zu Daisy um 20 Uhr in Novo. Auf dem Turm haben wir wohl niemanden getroffen, deshalb gehen wir jetzt wohin? Polizei Station. Das macht Luzi dafür. Screen und Aufnahmeknopf ist halt eine Annulation. Die haben sich anscheinend ausgeloggt, wir haben sie ja noch reden gehört, aber jetzt wollen wir die Polizeistation mal unter Beobachtung nehmen. Unter Beobachtung. Sag mal, man kann nicht mal rennen mit der Waffe, ist das scheiße. Du zielst, Alter, dann kannst du natürlich auch nicht rennen. Mach Leertaste. Sobald das in einen Millimeter Hügel kommt, dann lauft der einfach nur noch. Lauft der? Ja. Genauso wie farbig. Farbig? Leute, wieso laufe ich vor? Leute, das mache ich doch bald in meinem Lesen. Bürogebäude, Alter. War das? Schule oder was? Nee, das ist Krankenhaus. Da können wir auch vorbei und dann von hinten an die Polizei ran. Obwohl, nee, das ist nicht so. Doch, können wir machen. Können wir machen, Mama? Habe ich so noch nie gesehen hier? Ernsthaft? Da waren wir drin letztes Mal. Ach so, stimmt. Ja, ach, hier sind die Hochhäuser. Alter, das ist doch unglaublich. Wie er ständig anhält. Gehen wir ins Krankenhaus? Ich will mal gucken, dass da von oben irgendwo einer sneakt. Ach was? Ach. Go, go, go. Da ist doch keiner. Ah, hier gibt es Medizinkladung. Also so blaue Hosen und Jacken habe ich gestern auch gefunden. Ist ja schön. Ist natürlich total auffällig. Und richtig vertrauenserweckend. Ja, genau. Friendly. Medic. Medic. Geben Sie mir eine Spritze. Okay. Wie diese First Aid Kids immer irgendwie. Kacke sind? Leer sind. Und dann, wenn du sie ziehst. Und guckst, ist da Zeug drin. Finde ich ganz strange. Lass mal hier jetzt runtergehen. Wo runtergehen? Auch da runtergehen. Na klar, Junge. Ab geht's. You are dead. Nervös, Luzi? Nö. Wieso? Go, go, go. Ja, dann geh mal vor. Schon wieder? Wie die letzten fünf Folgen immer vorgehen? Ey, ich mach. Ich würde schon sagen, dass wir da jetzt nicht unbedingt reingehen, sondern uns irgendwo so... Verstecken? Postieren quasi. Ich geh mal rein. Kannst auch verstecken sagen. Ja, geh mal rein, weißt du? Hallo? Hallo, er klopft noch an. Super. Alle Türen sind zu. Oh, das muss nichts heißen. Das ist korrekt. Oh, mein Inventar ist hart voll, ne? Meinst du auch? Alter, hier kann mein Zimmer... Ich kann von hier super gut auf die Straße gucken. Oh, ja. Äh. Okay, die Tür ist verbuggt. Oh. Loy. Oh, nein. Ach so, ja stimmt. Das haben wir ganz vergessen. Das passiert ja auch immer. In der Folge. Ja, splitten wir hier kurz. Ja. So, machen wir. Bis gleich. Tschüss. Bis gleich. Tschüss. Da sind wir wieder. Loy, mein Mikro. Loy. Loy, wie ich sitze. Warte. Loy, überhaupt nicht vorbereitet. Fünfmal Loy in einem Satz, oder was? Ja. Eben gerade habe ich einen gesehen auf dem Dach. Der sah ziemlich fresh aus noch. Ist halt die Frage... Da unten läuft er, auf der Straße. Fresh im Sinne von Bambi? Ja. Ah, guck mal. Ich glaube, das ist ja vom Dach. Hey, hallo. Der sah aus wie der, der... Hey, hey, you. Das ist ein anderer Server, Daniel. Ja, ich weiß. Aber trotzdem sieht er so aus. Aber was macht Alan jetzt? We can see you. Der hat aber eine Waffe, glaube ich, ne? Der hatte eine Waffe, glaube ich, ja. Soll ich auch mal Mosin rausholen, sagst du? Na klar. Lol, Alter, von links. Fuck. Was? Hier, guck mal. Wenn da jetzt einer im Gebüsch ist oder so. Ach so, ich dachte, da wäre schon einer. You are dead und zwar alle drei. Das ist ja ein Gebüscher. Vor allem beim Hochhaus da oben, ne? Da kann er auch runterschießen, theoretisch. Ja. Sollen wir mal hin? Ja, gut. Okay, dann lass ich mich mal durch, danke. Ja, ich halte hier weiter ein bisschen wach. Ja, da komme ich mit, Patrick. Lol, ich komme auch mit. Ist doch klar, Mann. Ja, aber die weiß man hier. Was, Hedda? Na klar. Ey, nein. Ich glaube, das ist über die Straße. Geh mal hinters Haus. Ich bleibe mal bei der Tür, ja? Lol, wie alle was sagen, glauben voll taktisch zu sein dabei. Ja, nein. Dafür sterben sie sofort wieder. Sitz hier allerdings ein bisschen blöd, ehrlich gesagt. Ich glaube, der ist an den Garagen. Zwei davon sind offen. Einen ist noch geschlossen. Denkst du? Ah, denke ich. Oder er ist in einer der Garagen. Oh. Was macht ihr? Was macht ihr? Was macht ihr? Ich sitze hinter dem Baum vor der Polizeistation quasi. Ich bin auch hinter dem Baum. Ah, da ist Daniel, okay. Was, schon mit ihm? Der Quatsch kann mit dir. Ne, ne. Achso. Ja, da guckt der Patrick. Ja, ich gehe mal hinten rum. Ich gebe dir Deckung. Da hast du, ja, da hast du die Chance. Was, ja dann die alleine halt, ja komm. Ja komm, mach Deckung. Ne. Oh, ah. Wenn du schon so kommst, dann... Ja. Was denn? Team. Ja, nix Team. Bro. Wie er alles vergessen hat, ne? Ja, ne? Bin ihm nichts mehr wert. Ist die eine Garage? Ist die diese Egg-Challenge? Lol. Hast du das jetzt in mir nicht geglaubt, oder was? Ne, der sagt mir, dass er in der Zwischenzeit wieder... Was bin ich jetzt? Was? 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 In der Garage. Sind jetzt alle drei offen? Jetzt sind alle drei offen, ja. Oh. Oh, aber ich... Ich gehe vor, ich gehe vor. Go, go, go. Kann es sein, dass der Server ziemlich dunkel ist? Es ist dunkler, es ist düster irgendwie, ne? Äh, ich glaube, es war früh morgens hier. Acht Uhr oder so. Ne, es war elf Uhr. Achso. Dann war das nochmal ein anderer. Ey, lockt der jetzt auch aus, oder was? Ja, was ist denn hier los? An einem auslocken, oder was? Jetzt in der Polizei unten drin. Gehen wir zu dieser Lagerhalle und gucken, ob er da ist. Ne. Will noch jemand in der SKS haben? Ne. Ja, ich bleibe erstmal bei der Mosin. Du, Leute, voll ungewohnt. Ja, ne? Hättest du jetzt ein M4 oder so, ja, dann könnte man nochmal drüber reden. Ich habe die Tür zugemacht. Die Fronttür. Woher? LoL! Was, wo? Ach. Ich mache eine Flügeltür auf. Ja. Und renne erst, weil die ja immer nach außen aufgehen, ne? Renne erst links gegen den Flügel, renne dann einmal um den Eingang rum und dann rechts gegen den Flügel. LoL! Wo gehst du jetzt hin, Patrick? Ich gucke mal so ein bisschen, wie ich hier noch finden kann. Ich bin jetzt neben der Polizeistation im Haus. Alles klar. FNX? Keine Brille. Ach, Mensch. Die hauen immer ab. Wieso hauen alle ab, wo? Alle haben sich Angst oder wir sind einfach nur scheiße. Oh, zwei Bücher, Alter. Wie abgeht. Ich habe nur eins leider dabei. Also ich sehe hier nirgendwo jemanden in der Polizei. Na, ausgelockt wahrscheinlich. Er ist so räudig. Oder er ist in Richtung Stadt abgehauen. Das kann auch sein. Obgleich er dann diese Tür hinter sich zugemacht haben muss. Also diese Mauer, Stein, Gartentür, wie auch immer. Wird dann in die Stadt rein, oder was? Mal gucken gehen. Na klar. Ah, der ist bestimmt wieder in den Tower hoch, weißt du? Juhu! Patrick, Haus mit blauen Türen? Jo. Okay. Bin ich jetzt auch unten. Sollen wir dann zum Piano Haus gehen? Jo, hört sich gut an. Lol, Luzi, komm mal her. Okay. Challenge. Oh ne, was hast du jetzt wieder entdeckt? Turm, sagst du? Oh ne, schon wieder. Oh Gott, ne, ne, warte, stopp, stopp. Ich gehe da hoch. Echt? What? Alter, Patrick, du weißt, wie sowas ausgeht. Vor allem, wenn du das machst. Patrick, nein. Geh runter. Patrick. Malta. Patrick, komm da runter. Patrick, nein, mach keinen Scheiß da oben. Alter, Patrick, wir können über alles reden. Was bist du? Wir können über alles reden. Ich wollte den kiffenden Weihnachtsmann mal sehen. Da ist er. Lol. Alter, ist das hoch. Alter. Oh ja, ich würde schnell wieder da runter gehen. Wo ist der Pfeil? Lol. Sport da oben. Bleib mal da und guck ein bisschen rum. Vielleicht siehst du mal, Alter. Alter, wenn ich drücken will, ist der Pfeil weg. Boah, Alter, Luzi. Ich hab doch gesagt, ich bin oben. Schock fürs motherfucking Leben. Das motherfucking Leben. Also Leute, wenn ihr in Novo seid, geht mal hier auf den Schornstein. Da ist ein Easter Egg drin. Macht einfach mal die Turm-Challenge und dann. Und Patrick liegt da auch dann da oben. Den könnt ihr gut nehmen. Es gibt wohl auch auf Altes so ganz viele Easter Eggs. Oh, wie er keucht, Alter. Er hat es geschafft. Er lebt. Patrick, er lebt. Er lebt. Er lebt, hey. Ich hab's auch gesehen. Dann sollen wir mal zum Turm gehen. Da waren wir lange nicht mehr, ne? Der Turm, der ist neu, ne? Ja. Jede Folge, der ist neu, ne? Oh Gott. Ich kann mir vorstellen, dass man das als langweilig empfinden kann. Aber ich finde es nach wie vor spannend hier in Novo. Ich finde die Stadt sehr geil. Ja, auf jeden Fall. Wir können auch mal genau jetzt hier so lang gehen. Wege, die auch neu sind für uns, lol. Runter, runter, runter. Achso. Beine schon. Beine schon? Okay, warte, beine schon, warte. Das dauert mir zu lange. Komm, was ist denn los mit dir? Was ist denn los mit dir? So, Achtung, Tower, Tower. Ja. Fuck, war ich gleich fest. In dem Haus, wo ich die Flair geschmissen habe den Tag. Ach, da wurde uns verarscht, hast du? Oh, ich verarsch mal die Beine. Gehst du da jetzt auch hin, Luzi? Nee, ich guck mal doch kurz ins Fenster rein. Boah, jetzt bin ich hinterher, ne? Mitten auf dem Platz. Ist geil, ne? Ist Challenge. Komm, 10 Sekunden hier stehen. Challenge, komm. Challenge? Eins. Go, go, go. Ihr habt so den Arsch auf, Alter. Boah. Boah. Stell dir mal vor, ne? Alter Schwede. Alter, ich bin aber auch bescheuert. Ey. Ja, Patrick macht wieder Verstecken-Challenge. Ja, ne? Hallo. Die verlassene Stadt. Man könnte natürlich auch mal so ein bisschen Aufsehen erregen. Okay. Ja, gut. Hat er gesagt, dass wir Aufsehen erregen wollen? Ja, ja, das hat er. Loi. Ich glaube, die FNX war jetzt nicht so laut. Seid ihr das noch? Nee. Was? Meine SKS ist leer. So, es dürften wohl... Nehme ich mal einen Schluck köstliche Nota-Cola zu mir. Oh, mh. Ecker. So, real life. Man wird wahrscheinlich gleich von hinten erschossen. Ja, gut. Das ist ja normal bei uns irgendwie. So, was habe ich hier? Hems, Hunter, Pen, Spring Hunter. Okay. Das Server ist gut voll. Mich wundert, das ist richtig hart. Also, hier ist es auch ungelootet noch. Im Piano-Haus. Okay, bestimmt wieder alle in Beere, weißt du? Die größten Eier. Das war früher unsere Stadt, weißt du? Ja, ach komm. Hammerhardt. Voll verändert jetzt. Bisschen Bücher auch. Schöne Grüße an der Stelle an Aurel aus Robelshausen. Oh. An 14 Jahre alt und hat geschrieben, war mal cool mit dir hardcore zu zocken. Das ist wahrscheinlich Daniel gewesen. Äh, ähm, ja, ach ja, genau. Nee, kein Plan. Jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen älter, der Kommentar. Auf jeden. Dann noch schöne Grüße an Nils Christian, ja. Hat leider keine weiteren Angaben gemacht, leider. Oh. Aber doch noch. Schade. Ja, ne. Schöne Grüße trotzdem, Nils. Aber doch, ja. Doch schon. Nils, Nils 17, sag ich jetzt mal, ne. 17, sagst du? Nee, keine Ahnung, er hat leider keine... Weißt du, wer S16 ist? Wer denn? Marc, aus Trithau. Aus Schleswig-Holstein. Also Trithau liegt wohl in Schleswig-Holstein, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Ist der Fußballer? Haha. Tritt. Ha. Achso. Hat er sich wehgetan? Oh, Gott, dammit. Boah, schlecht, einfach nur. Oh, ja. So, ich bin jetzt am Tower. Wie ablenkt. Schöne Grüße und willkommen in der Mongo-Crew, Jungs. Was? Nein. Ein Five, halt. Brüders. Ja, ihr habt es auch geschafft. Ihr habt was geschafft in eurem Leben. Mongo-Crew läuft. Ja, apropos geschafft. War das die Freude, wo wir den Cut gemacht haben? Ja. Können wir Pause machen, oder? Oh. Waaat? Ich pause. Oh, mein Gott, Pause. 3, 2, 1, 2, 3 für's Zuschauen. Bis morgen. Paderborn, tschüss. Tschüss, bin der Böck. Padab. Man möge es kaum glauben, aber wir sind heute mal nicht zum Tower gerannt, sondern sind sofort da gestartet und dann halt in die Stadtnähe, sagen wir es mal so. Und was war da mit Patrick los? Lot, Lot, Los. Suizidgedanken, Patrick? Brauchst du Hilfe? Du kannst immer mit mir reden. Das ist ja glaubtbewusst. Aber gut, Freunde. Ich würde mal sagen, bis morgen. Daisy, 20 Uhr, wie immer. Und sei dabei. Tschöö. Hmm. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020